in Penang auf einer Wanderung und hier sind ein paar Affen. Hier sind ein paar Affen. Ich muss aufpassen, dass sie mir nichts stehlen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die zahm sind und ich habe auch nichts bei mir, was sie stehlen können, außer diese Kamera. Aber diese Kamera ist fest in meiner Hand. Insofern werden sie mir hoffentlich nichts stehlen. Und ja, das ist ganz interessant hier. Einfach so in freier Wildbahn ein paar Affen. Das sieht man auch nicht alle Tage.